So, guten Morgen zusammen, herzlich willkommen bei Moped Sport. Ich bin jetzt hier in Witten am Hotel Specht. Hier startet gleich die Wittener Stammtisch Ausfahrt vom Herkutter Stammtisch. Ich bin jetzt nur Gast hier mit meiner MBX. Ich werde gleich noch ein Startvideo drehen. Luftgekühlte RX9, Wassergekühlte RX9, 225er Militärs V1 und ein Neppergespann. Wetter ist gut. Es war nur etwas kalt heute Morgen, aber es wird schon werden. Bis später.